Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Interviews des Monats auf ein Bit mit Rüdiger Vollmann, diesmal an meiner Seite in der Schwartblut. Herzlich willkommen und danke, dass du da bist. Gerne. Wir starten direkt mit dir in diese erste Episode. Du als Rekordspieler, Clubhistoriker, ein wandelndes Bayer 04 Lexikon. Wie verbringt ein Mann, der eigentlich alles weiß, seinen 60. Geburtstag? In aller Ruhe mit der Familie. Sehr gut. Wir wollen aber zurückschauen mit 60 Jahren, wenn du jetzt so rückblickend auf deine vergangenen Jahre oder auf deine Karriere zurückschaust. Was ist so ein Moment, den du jetzt nochmal erleben wollen würdest? Der 18. Mai 88. Erzähl uns. Es ist ein Tag, wenn ich darüber erzähle, da sitzen wir morgen noch hier. Also es ist und bleibt der schönste Tag in meinem Leben. Ich glaube nicht, dass man den Tag nochmal toppen kann mit allem drum und dran. Dann war es einfach ein toller Tag mit einem sehr, sehr überraschenden Erfolg im Gesamten gesehen. Also an dem Tag selber war es eine Überraschung. Man könnte fast schon sagen, ein Wunder. Aber dass Bayer 04 Leverkusen in dem Jahr den Räuferpokal gewinnen würde, hätte man vor der ersten Runde kein Cent drauf gewettet. Und dass das passieren würde, konnte man nicht ahnen. Was löst das heute noch bei dir aus? An Emotionen? Ja, Gänsehaut. Gänsehaut, definitiv. Ich glaube auch, dass es viele gibt, die diesen Tag auch Fans. Das ist mit ein Grund, warum ich mir so sehnsüchtig wünsche, dass wir mal wieder was holen in Leverkusen. Weil ich diese Gefühle, die die Fans damals gehabt haben, die Zuschauer gehabt haben, davon erzählen die heute teilweise noch. Die erzählen davon und haben es in sich. Und wenn ich davon jetzt erzählen würde, von diesem Tag, wie der abgelaufen ist, das würde jetzt im Rahmen sprengen, glaube ich. Wir wollen aber trotzdem noch mal auf die Nächte davor zu sprechen kommen. Du hast ja von dem besagten Elfmeterschießen geträumt. Auch gottchen, ja. Wie sah das aus? Ich habe, ich habe, ja, ich habe am 16. März haben wir in Barcelona gespielt, FC Barcelona, im Viertelfinale. Und da sind wir überraschenderweise weitergekommen. Und da habe ich mir, montags bin ich nach Köln gefahren. Normalerweise fahre ich nie nach Köln, aber damals gab es den Saturn in Leverkusen noch nicht. Deswegen musste ich nach Köln fahren. Ich bin Musikfan, also ich sammle Musik und höre gerne Musik. Da habe ich mir eine CD gekauft von der Orchester-Manuele Vorenza Dac und habe da mir vier Lieder rausgesucht, die ich noch nicht so gut kannte. Und die habe ich mir dann jeden Morgen so für 20 Minuten ab dem Dienstag, Mittwoch ungefähr, vor dem Training angehört, bevor ich zum Training gefahren bin. Und habe davon geträumt, dass ich im Elfmeterschießen im Finale der große Held bin. Wir hatten allerdings noch das Halbfinale gegen Werder Bremen, die waren in dem Jahr Deutscher Meister, also darf man nicht vergessen. Trotzdem bin ich irgendwo, habe ich mir das mental vorgestellt, wie wir UEFA-Pokalsieger werden. Und das ist dann immer mehr in die Richtung gekommen, als wir dann im Endspiel waren. Ja, dann ging es weiter, habe ich weiter geträumt und am Ende des Tages ist es dann auch wahr geworden. Und träumst du heute noch davon? Ich träume nicht mehr, aber ich denke gerne an diesen Tag zurück, ja. Du hast einmal zu Nico Hartmann vom Werkseffradio gesagt, der Verein ist mein Leben und der 18. Mai 1988 ist der wichtigste Tag in meinem Leben bis heute. Was macht diesen Verein so besonders für dich? Für mich ist er mein Leben, weil ich aus einer grauen Maus, ich habe es miterlebt, wie aus einer grauen Maus ein Weltverein geworden ist, in meinem Empfinden. Und diese Schritte alle mitgemacht zu haben, in gewissen Positionen, das schweißt zusammen. Und ich liebe diesen Verein und das wird mir auch keiner nehmen. Auch aus dem Grund heraus, dass man in den 80ern so ein bisschen der Hassverein für die anderen war. Da haben wir als Mannschaft und auch die Fans so ein bisschen was gezogen, so Widerstand gegen das. Und haben es dann auch geschafft, mit dem Gewinn des UEFA-Pokals, ich glaube auch, ganz Deutschland zu begeistern, mit der Art und Weise, wie wir in dem Endspiel Fußball gespielt haben. Dass wir in der Saison selber eigentlich gar nicht so gut waren, steht auf dem anderen Blatt. Aber die UEFA-Pokalspiele waren für die Fernsehzuschauer immer sehr, sehr interessant. Und man hat uns gerne zugeschaut, wie wir da gespielt haben und vor allem, wie wir gekämpft haben. Für mich ist dieser Verein, ich bin hier nach Ost-Berlin, aus einer Großstadt, nach Leverkusen gekommen und habe mich von Anfang an in dieser Stadt wohlgefühlt. Machen wir uns nichts vor, Leverkusen ist nicht schön, aber sie ist überschaubar. Sie ist, ich weiß, wo ich alles finde. Das war immer so mit dem Grund, warum ich mich hier wohlgefühlt habe. Und ich war nie ein Großstadtmensch. Und ja, es war von Anfang an diese Verbindung zwischen Werk, Verein und Stadt, die hat mich fasziniert. Und die fasziniert mich noch heute, wenn ich so diverse Sachen finde und lese, wie diese Verbindung auch immer gewesen ist. Und ich war auch immer stolz, ein Teil der großen Sportstadt Leverkusen zu sein, die sie in den 80ern noch viel, viel mehr war oder 70er, 80er noch viel, viel mehr war, als sie es heute noch ist. Wenn du jetzt aber trotzdem gerade Großstadt Berlin ansprichst, wir wollen heute auch mal abseits der typischen Fragen, die du wahrscheinlich immer gestellt bekommst, sprechen. Und deswegen mal direkt, du bist in Berlin aufgewachsen. Weißt du noch, wer einen Sommer lang in deiner Nachbarschaft gewohnt hat? Zwei Häuser weiter, Fernando Caro. Als ich Fernando Caro das erste Mal gesehen habe, habe ich den Vortrag gehalten. Und dann hat er sich den Vortrag auch angeschaut. Und dann haben wir uns danach, haben wir uns unterhalten oder wir haben uns getroffen. Zumindest war es hier in der Schwabhut. Und dann sagte er zu mir, er hat zu mir einen Bezug. Und ich dachte, woher sollen wir uns kennen? Ja, ich weiß, er hat das noch nicht rausgefunden. Und irgendwann Weihnachten, ich war vor anderthalb Jahren, glaube ich, Weihnachten, klingelte bei mir, also zwischen den Jahren, klingelte bei mir das Telefon. Und war Fernando dran und sagte, du, ich weiß jetzt, wo unsere Verbindung ist. Sagt dir der Name Luge was? Ja, klar, waren unsere Nachbarn. Also zwei Häuser weiter, wohnten die. Und dann muss Fernando für mehrere Wochen da als, wie nennt man das? Ja, der hat da gewohnt, ging auch in unsere Schule, hat allerdings zwei Klassen unter mir. Ja, so war, so ist unsere Verbindung. Wir kennen uns also schon seit, wie alt war ich da, 14, 15 ungefähr, wird er gewesen sein. Ich war dann ein bisschen älter als er. Aber da sind wir zum ersten Mal über den Weg gelaufen, stimmt. Und wie ist eure Verbindung oder eure Wertschätzung heute? Zu Fernando? Das ist ja hohe. Ich mag ihn einfach. Und ich glaube, ich bin ihm nicht unser Partner. Das glaube ich auch, weil du die Historie fortführst und einfach dein Wissen teilst mit den ganzen Fans. Und darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Du leitest die Legenden Bayernatoren und bist archivabel. Mit welchem Wissen vergnügst du dann die Fans hier bei so einer Bayernatur? Ich glaube, dass ich unsere Tradition, unsere Geschichte, unsere Historie wieder auskrame, weil sie war ja bestimmt über 20, 30 Jahre verschwitt, hat sich ja keiner drum gekümmert. Und aufgrund dieser Schwabwut bin ich da irgendwie reingewachsen und habe mir auch alles das angelesen, was ich jetzt versuche, unseren Fans und den Leverkusenern zu vermitteln, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Ja, für die Fans auf jeden Fall eine Bereicherung. Es dauerte aber lange, bis du dir diese Zuneigung der Bayern 04-Fans erarbeitet hast. Warum war das so und wie ist das Verhältnis heute? Naja, ich habe in den ersten Jahren nicht so dolle gehalten. 1983 wurde ich zur Nummer 1 gemacht von Detmar Kramer. Ein Umstand, den es heute in der Form gar nicht mehr geben wird, weil ich am Anfang der Saison wurde entschieden, Rüdiger Vorbein wird die Nummer 1 und die Nummer 2 war ein 18-Jähriger, also zwei Torhüter, die null Bundesliga-Erfahrung hatten. Deswegen, Detmar Kramer ist diesen Schritt gegangen, hat einen relativ erfahrenen Uwe Greiner gehen lassen, also den Vertrag nicht verlängert. Und in den ersten zwei Jahren war ich relativ nervös und unsicher und habe das auch ausgestrahlt. Wann hat sich das dann verändert? Es hat sich dadurch verändert, dass Erich Riebig Trainer wurde, 85. Und der hat mich im Frühjahr 85 angerufen und hat zu mir gesagt, der Vertrag läuft zwar aus, aber ich will das mal mit dir verlängern. Ich will mit dir arbeiten und ich glaube an dich. Das hat mich gestärkt. Er hat dann entschieden, oder er hat mir gesagt, er meinte, ich müsste zwei Sachen ändern. Das eine war mein Gewicht, ich war einfach viel zu schwer. Ja, das stimmte, ich wog zu viel. Da hat er angesetzt und das andere war, er wollte diese Nervosität, die ich immer hatte, da hat er mich zu einer Psychotherapeutin geschickt. Mit der habe ich autogenes Training gelernt und konnte mich in eine ruhigere Phase reinbringen vor dem Spiel und auch während des Spiels und habe dadurch meine Leistung eigentlich stabilisieren können. Und so ist dann auch der Kick gekommen, dass ich etwas beliebter wurde bei den Fans. Den richtigen Knall gab es natürlich 88. Und danach, ab 88 konnte ich eigentlich halten, wie ich wollte. Da haben sie mir jeden Fehler verziehen, den ich dann gemacht habe. Außer nachher, wo dann die Rückpassregel kam, dann war es nicht vorbei. Weil ich nie Fußball spielen wollte. Ich wollte immer nur im Tor stehen und habe mich auch nie darum gekümmert, dass ich den Ball treten muss. Das war für mich eigentlich unwichtig. Und dann kam auf einmal die Regel, dass ich den Rückpass auch noch wegschießen muss, den darf ich noch nicht mal mehr in der Hand nehmen. Das war schon heftig und deswegen wurde mein Spiel auch ganz anders. Und auch die Unruhe auf den Tribünen wurde dann immer größer. Aber jetzt mit deinem jetzigen Job ist es auf jeden Fall eine sehr gute Bindung. Ja, also das ist dann gewachsen mit den Jahren, weil ich halt auch so bin, wie ich bin. Also ich habe jetzt, glaube ich, nie die Legende rausgekehrt. Also er war immer normal. Und ich habe auch schon Leuten gesagt, ich habe jetzt keinen Bock zu unterschreiben. Das passierte auch. Es gibt halt die Phasen und die Phasen. Aber ich glaube, die Fans in Leverkusen haben relativ schnell gemerkt, dass ich eher so ticke wie sie, als wie ein Spieler. Und das macht, glaube ich, das macht mir aus. Wir freuen uns, dass du so bist, wie du bist. Danke, Rüdiger Vollborn. Und einen schönen Brotzug. Dankeschön.